Laufender 221, Downtown Squadron, Heiz. Keine Bewegung, jetzt keine Bewegung! Polizei! Heiz! Schusswechsel, Verdachtsperson wurde indigniert. Alle Einheiten, Achtung, Unterstützung erfordert. Alle Einheiten, den Officer hat's erwischt. Polizei! Sofort die Hände über den Kopf! Einer hinterm Boden! Los, sofort auf den Boden! Kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben's auf die Spitze, Mann! Das ist doch Wahnsinn! Woah! Hast du Angst? Das ist doch vorderlich! Hast du Angst? Gibt dir ein böser Kopf ganz böser Kopf? Geht mich, verdammt! Okay, ganz böser Kopf also. Geht ihr mal sowas, eine Abwolle? Ein Dreierteam geht rein, ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Stoddart hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf! Ja! 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 Scharfschützen da und da! Ja! 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 Du bist sicher für einen von den Guten. Gute gibt's nicht, Junge.